Wir sind nicht die Bitte bitte Bäh Bitte Wasab Bitte Wasabi Was für ich mit Wasabi Was für ich mit Wasabi Auch nach den Renovierungsarbeiten wird das Dach wieder nie fertig. Aber irgendwie ist das ja Standard. Nein! Wie oft ist das Wort Nein, sagt er in Let's Play. Ja, und dieses So geht nur auf den Kranz. Was? Warum? Wieso? Oh, 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 ich hab ne Idee. Ah, das sieht scheiße aus. Ah, ne, ich hab doch keine Idee. Soll hier mal ein großes Bild zustande kommen? So nach acht Jahren. Ja, ich meine, es ist ja halt immer Zufallsgeneriert. Ganz schön schlau, Meier. Ja. Wupp, 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 wupp. Nein! Wupp. So, und so. Und so. Das sieht jetzt schon gleich viel geordneter aus. So. 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 ja ja das ist aber schön habe ich hast du bestimmt gar nicht aber doch habe ich musste wirklich um wie hat das schon komischen unterton so wie es sein soll ich komme es mit dem angucken kannst du machen mache ich auch so jetzt habe ich leider keine dingsbumsel mehr die werde ich müssen wir noch holen demnächst also haben wir wieder mal eine lehntour vor uns wird so schön ich habe jetzt hier mal angefangen den weg zu verschönern was daran schöner geworden die umrandung vorher schon vorher war es einfach in die landschaft geklatscht jetzt ist es ordentlich eingebunden eingewitscht in die landschaft siehst du wie hier einfach bämm und hier ist es jetzt schön dann entstehen hier später palmen was die idee da hole ich sie gleich mal ich weiß welche bäume da hin kann da will mache ich mich darum weil kann ich jetzt immer machen dach fehlt mir material ihr müsst jetzt dran glauben jetzt könnte das alles darunter fallen da hoffe ich ja mal nie war eins hier brauchen wir wieder mindestens drei vier hier und dann den rest kann man mitnehmen und nochmal drei und zum abkocken habe ich nicht doch die bäume müssen ja wieder die kämen ist ja die kämen das müssen sie wohl habe ich jetzt aber da fehlt noch ein bisschen was aber hier ist ja noch ein baum in der zeit also kann ich ja die ganze zeit mich schön entfalten und diese bäume fällen wow ja dann lass dich mal nicht da war ich die höhere äh marjoni dann ist ja schön ja so jetzt habe ich hier meine bäume jetzt habe ich schon ein zäptling mehr aber möchten schon noch ein paar mehr werden wo wird mir hier noch wohl ja da ist nämlich noch einer hingefallen zeit kann ja nicht hier mal den blumentopf abreißen nein oder anzünden mal gucken nein aus Rache von vorhin wäre das eigentlich total angebracht nicht wir müssen das vielleicht ganz versetzen sonst sieht das nicht schön aus music music utz utz music die haben es wahrscheinlich auch gleich geschafft hier auch fünf zäptlinger ist schon sehr sehr gut können ruhig noch mehr werden wir sind ja noch selten noch sind sie selten unsere noch zäptlings hier zumindest in unserem gebiet hier stimmt drei habe ich wieder angepflanzt erstmal aber ich kann jetzt nie gehen ohne dass hier alle blätter wechseln ich nie dass uns hier ein zäptling mal verloren geht weil die sind selten habe ich ja noch nie erzählt heute ja noch zumindest ja denn die sind selten noch zumindest soo soo jetzt werdet fertig da ist der weg fertig eine lange 6 7 gen wupp 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 wapp 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 weammel und wo i w tai wapp ne wo bo Keine Ahnung, wie das gesprungen wird, auch. Na, Opa Gandalf. Opa Gandalf. Gandalf. Ja, genau. So, jetzt sind es nur noch vier Blätter. Das sind eh nach so runter, also. Das ist ja Wahnsinn. Das hab ich ja gesehen. Hier irgendwas. Ach, hier ist ja mal ein Dungeon gewesen. Hier waren wir also mal. Interessant. Wo bist du? Ich bin im Dungeon gewesen. Also, da war zumindest mal einer. Die Moossteine fehlen bloß noch. Also, das ist ein Indiz dafür, dass wir da schon mal was geplündert haben. Das könnte sein. So, jetzt haben wir hier noch einen. Ah, wer das färtsch. Geh gleich. Mach doch. Da kam wieder nichts. Ein brauchen wir noch. Ah, das ist jetzt auch weg. Sehr, sehr gut. Naja. Ich hab jetzt vier angepflanzt von drei Bäumen auf vier aufgestockt und hab jetzt acht Zettlings übrig. Alle werde ich jetzt nie brauchen. Aber einige. Dann bestimmt auch auch kein Knochen mehr. Das kann ich gerade nicht sagen. Ich guck mal. Ob wir noch Knochenmehl aus haben. Ha. Ja. Die Cent. Ja. Ja. So. Da kann ich erstmal das aber. Was ich nicht mehr brauche hier reinhauen. Hier sind ja noch Ziegeltreppen drin. Toll. Jetzt brauche ich die gar nicht mehr. Ziegeltreppen brauchst du nicht. Hoch. Weg ist es weg. Wieder runter. Und wieder hoch. Hier kann ich ja das Zeug reintun, was hier ist. Wolle. Hoch genug hier. Ist das Wolle? Ne, das war Stein. Das ist Wolle. Das ist meine Texture-Pack. Ja, super. Runter. Den kann ich beibehalten. Ja, die hier, hm. Die wieder rein und dann hatte ich da noch welche. Hier. Ist mir das immer so schlecht. So, Leder hatten wir bei Monster Drops bestimmt mit drin, wa? Äh, ja. Und jetzt kann ich hier nämlich die Hacke rein. Und jetzt kommt das Bone Meal. Wollen wir dann erstmal kurze Aufnahme-Pause machen? Erst, wenn die Bäume sehr da sind. Na, na, na. Ja, doch. Na, na, na. Ich hab da Bohnen-Mehl. Na, na, na. Ach, leck mir Marsch. So, machen wir mal kurz Tuck. Und der noch. Klasse. Ja, ist okay. Hm. 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 Ja. Das sieht auf jeden fall schon wieder besser aus in die paar Bäume da sieht es nicht ganz zu leer aus schön die monster drunter bauen das stimmt auch wieder so erst mal so aber in die Bäume kann man ja ach da habe ich eine tolle idee das schön was dann lampen reinbauen ja das stimmt so da wäre das haus ja jetzt bis aufs dach ja mal wieder mal wieder so weit also müssen wir da erstmal eine lehmturm machen ja jetzt ist man richtig ja das bild hier finden wir schon mal noch eine lösung also das habe ich noch gar nicht die arbeitsplatte ist ja wieder weg die arbeitsplatte na weil ich den platz etwa für die arbeitsplatte gelassen hatte so hier mal erst mal drag rein damit es mir einregnet so geht dann doch das geschehen lied ja die türen hast unten offen gelassen oder ich nach egal wir danken erst mal fürs zuschauen ja wir hassen uns das merkt hier mittlerweile die quatsch ja ist das alles nur spa richtig dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder dann kommen die letzten feinheiten von der bude hier und dann der bude hier und dann denke ich haben wir unsere wohnung umgebaut jo bis dahin tschau tschau